Herzlich Willkommen auf der Webseite des US Options Trader. Ich möchte mich Ihnen mit diesem Video kurz vorstellen. Mein Name ist Claudia Jankiewicz und ich bin unabhängige Anlageberaterin, Finanztrainerin und Expertin für technische Wertpapieranalyse. Meinen Trading Schwerpunkt lege ich unter anderem auf den Handel von US-Optionen am US-amerikanischen Markt. Bereits 2003 habe ich mein eigenes Handelssystem entwickelt, das sowohl auf technischer als auch fundamentaler Analyse basiert. Mithilfe der Point-in-Figure-Methode und konventionellen technischen Indikatoren identifiziere ich Trends, die ich dann mit meiner Optionsstrategie umsetze. Ich habe bereits langjährige Erfahrung im Trading und auch eine fundierte Ausbildung durch international bekannte Trainer in USA, Asien und auch Deutschland. Als professionelle technische Analystin mit der international anerkannten Zertifizierung des CFT II, also Certified Financial Technician, leite ich seit 2009 verschiedene Workshops und auch Seminare zur technischen Analyse. Ich bin auch Mitglied des VTRD, des Vereins der technischen Analyse Deutschlands e.V., einem autorisierten Landesverband des Weltverbandes IFTA, dem International Federation of Technical Analysts. Kommen wir nun zu dem wichtigsten Aspekt, warum Sie auch hier sind auf der Webseite. Das Handelssystem des US Options Trader. Dieses Handelssystem habe ich selber entwickelt und es ist das Resultat meiner langjährigen Erfahrung. Bei dem Handelssystem handelt es sich dabei um eine vorrangig charttechnische Trendanalyse auf Basis verschiedener technischer Indikatoren. Aber auch die Fundamentalanalyse nennt mir bei diesem System als zusätzlicher Signallieferant, indem ich einen speziellen Filter anwende, der mir die fundamentale Stärke der Aktien in einem Rating von 1 bis 10 darlegt. Ich nutze den liquiden US-Markt für gewinnbringende Trades. Denn wie der Titel US Options Trader schon sagt, habe ich mich auf den Handel mit US-amerikanischen Optionen spezialisiert. Der amerikanische Markt ist äußerst liquide und Optionen sind dort, im Gegensatz zu Deutschland, ein gängiges Investmentinstrument. Dies garantiert Ihnen schnellste Orderausführung. Sollten Sie sich dazu entscheiden, ab sofort mit US-Optionen an dem lukrativen US-Handel Tag für Tag teilhaben zu wollen, dann können Sie das ganz bequem von zu Hause aus machen, am PC oder auch unterwegs mit dem Notebook. Selbst heutzutage mit einem iPad oder auch mit einem Smartphone können Sie ganz einfach die Orders eingeben. 10 Minuten pro Tag, mehr brauchen Sie nicht, um mit dem US-Options-Trader Ihr Kapital unabhängig vom Marktgeschehen stetig zu vermehren. Und um erfolgreich zu traden, sind keine langen Analysen notwendig. Mit knappen und präzisen Handlungsanweisungen werde ich Ihnen von Tag zu Tag zeigen, wie Sie mit Hilfe der Hebelkraft liquider US-Optionen erfolgreich traden können. Und das egal, ob der Markt nach unten oder nach oben geht. Sie können jederzeit am lukrativen Handel teilnehmen. Und das auch schon mit kleinem Geld. Durch ein diszipliniertes Money-Management und meine strikte Stop-Loss-Strategie können Sie innerhalb kurzer Zeit überdurchschnittlich hohe Gewinne verbuchen. Keine Angst, Sie müssen dafür weder eine teure Software kaufen noch Kursdaten abonnieren. Sie benötigen lediglich einen Internetanschluss. Sowohl Chart als auch Broker-Software können Sie sofort kostenlos aus dem Internet herunterladen und umgehend für den virtuellen Handel oder auch den echten Trade gewinnbringend nutzen. Selbstverständlich stehe ich Ihnen auch jederzeit für Fragen zur Verfügung. Sie können jederzeit mir Ihre schriftliche Frage stellen und ich werde mich dann schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Ihre Fragen können Sie stellen über www.investor-fragen.de Zudem können Sie mit mir einmal pro Woche in meiner telefonischen Sprechstunde Ihre Fragen stellen zu dem Handelssystem und auch zu den Handelsempfehlungen. Die aktuellen Zeiten und die entsprechende Telefonnummer entnehmen Sie bitte der aktuellen Wochenausgabe. Ich würde mich freuen, Sie schon sehr bald als einen Leser meines Börsendienstes US Options Traders begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, Ihre Claudia Jankiewicz